Servus und herzlich willkommen zu der Spedition Dietz. Mein Name ist Mehmet Gören. Ich bin Berufskraftfahrer bei der Spedition Dietz im Bereich Schwertransporte in Dettingen bei Stuttgart. Wir fahren jetzt auf die A8. Wie es jeden Tag hier so ist, haben wir mit dem Stau zu kämpfen. Fahr doch! Genau das meine ich. Auf der B10 im Stau, aber 100 Meter zum Vordermann. Das gibt es doch nicht. Um unseren Kunden zeitgerecht die Ware auszuliefern, müssen wir auch alternativ routen und suchen. Wie es halt so alltäglich hier in Stuttgart ist, sei es auf der A8, auf der B10, dass wir mit den Staus zu kämpfen haben, habe ich mir eine Alternativ-Route über die Landstraße gesucht, sodass ich dann pünktlich die Ware beim Kunden ausgeliefert habe. Ich würde mir sehr gerne wünschen, dass die Infrastruktur in Stuttgart besser und auch schneller ausgebaut wird. Ja, das mit dem Aufregen heute war nicht ganz in Ordnung, muss ich ehrlich zugeben. Ich wünsche euch allen, die da draußen unterwegs sind, mit dem LKW eine gute und sichere Fahrt. Bleibt cool und bis zum nächsten Mal! Tschüss, beim nächsten Mal! Tschüss! Vielen Dank.